Ein besonders auffälliges Begrüßungsschild steht am Ortseingang Schönheide. Wer nach oder durch Schönheide kommt, der stößt auf den Bürstenmann. Die Figur ist ein aus Metall gegossenes Relief und steht für das Handwerk, das in Schönheide eine lange Tradition hat. Der Name Schönheide darf am Ortseingang nicht fehlen. Um in richtiger Höhe zu stehen, gehört zum Begrüßungsschild hier ein aus Granitsteinen gemauerter Sockel. Blumen in einem Pflanzkasten verschönern den Anblick. Auch die Rückseite ist sehenswert gestaltet. Unter dem Ortswapen heißt es, auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017